Wie der aussehen wird. Den können wir halt dann mal fotografieren. Oh, was macht er denn? Oh, wie süß. Wer bringt da die Zeitung? Er kann ja hier... Oh. Ja, er geht kauen. Aber süß. Bringt er uns die Zeitung? Haben wir dem das jetzt wirklich so beigebracht? Ich weiß es nicht. Natürlich an Amin. So, und danach wollen wir natürlich auch ein Foto machen. Kamera. Foto aufnehmen. Ganz klar. Dass sie sich immer umzieht, wenn sie hier reinkommt. Wo liegt das denn diesmal rum? Das machen wir danach. Erstmal machen wir... Das ist die falsche Seite, würde ich jetzt mal behaupten. Vergehst du mal bitte hier hin. Und dann machen wir ein Foto. Zack. Gehen wir ein bisschen zurück. So. Und jetzt machen wir... mit C... ein Foto. Und dann gehen wir jetzt umher und machen nochmal ein Foto. So. Und die bleibt mal stehen. Können wir eigentlich währenddessen noch gehen? Nee, wa? Oh, wie süß. So. Ah, jetzt geht er schon wieder da runter. Was ist das denn für ein Hund? Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das irgendwas geworden ist. Oh. Sie kann den nicht recyceln. Tau ziehen. Oh, was ist das denn? 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 Tau ziehen? Ey, die unterkühlt sich doch total. Die unterkühlt sich doch total. Wir können auch gleich mal gucken, ob wir irgendwie ein Foto versenden können. So. Jetzt gehen wir mal bitte auf Recyceln. Hoppala. Und er... Kommt auch mal bitte mit rein. Und macht jetzt mal ein Nickerchen. Hier die Fische, die müssen nochmal gefüttert werden. Und dann, dann, dann. Benutzen. Und dann gucken wir mal. Handy. Kamera. Fotos. Ah, die können wir uns nur ansehen. Schade. Ich glaube, ich habe zu sehr gewackelt. Müssen wir vielleicht nochmal machen. Hier hingehen. Wo sind die Fotos denn jetzt? Ne, ist leider verschwommen. Ich guck mal, dass ich das ganz kurz mal mit der rechten Hand dann mache. So, gucken wir mal, ob das geht. Angebettet werden. Wieso bettet er denn? Wieso bettelt er denn? Ah, gibt eine extra Portion. So, Voetra geht jetzt aber bitte nach draußen. Zack. So, Foto aufnehmen. Schade, ich kriege ihn nicht ganz drauf. Machen wir das so. Dann stellen wir uns mal hier hin. so, Kamera, Foto aufnehmen. Ja, so kriegen wir den doch ganz drauf. Alles klar, dann hat sie Hunger. Dann macht sie sich mal was. Macht sie sich mal einen Gemüseburger. Was hat er vor? Hier bleiben. Du bleibst bitte schön hier. Das ist ein Paparazzi. Paparazzis wollen wir nicht. Er kann, er kann, er kann. Er ist nämlich schon ganz müde. Das heißt ganz müde, aber... Ja. Okay, Cowan hätte er auch gekonnt. So, und die Voetra, wenn sie gegessen hat, muss sie das Haus säubern. Und ihre Energie geht hier auch schon fast flöten. So. Kamera, Fotos, Ansehen. Warum sehen die denn alle so komisch aus? Die Fotos. Nein, nicht verkaufen. Nein, nicht verkaufen. Hm. Das sieht aber komisch aus. Nein. Vorangehen, bitte. Nein. 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 Boah, warum wollen sie denn alle mit uns irgendwie was machen? Aber wir haben uns was zum Essen gemacht. Wo ist das denn hin? Da. Gemüseburger essen. So, und danach. Haus säubern scheint anscheinend nur das hier zu sein. Danach kann man das ja mal hier durch uns Zerstörer wieder ersetzen. Das hat ja beim letzten Mal wieder gereicht. Und danach. Joa, wird sie dann schlafen. Was macht Hundi? Dem geht es gut. Dem können wir aber nicht sagen, jetzt gehen wir... Nein. Da war mir ja klar. Ist noch nicht kurz vor knapp. Wo dran ist sie? Wie? Essen. Irgendwie ist sie momentan ein bisschen komisch. Wenn nicht jetzt auch schlafen, dann schläft sie nicht so wirklich. Soll sie anschließend ihr Bett machen. Und dann schlafen. Oh, immer diese ganzen Anrufe hier. Also diesmal. Wer war das? Keine Ahnung. Wann wäre man denn eigentlich wieder alt? Noch sechs Tage bis zur Alterung. So, was ist denn mit ihm? Kann ich jetzt sagen, jetzt mal... Nee, immer noch nicht. Immer noch nicht kurz vor knapp. Boah, ist immer noch da vorne, die Trulle. Furchtbar, 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 die Paparazzis. So, haben wir das auch erfüllt. Und jetzt kann sie sich wieder hinlegen und fern. 72.000 Lebenszeitbelohnungen haben wir wieder. Da wollen wir mal gucken, ob wir irgendwas Schönes bekommen. Und dann werden wir auch die Aufnahme beenden. Putzdrache? Nee. Was haben wir denn weiter hier unten? Wie der Jungtrank, ja. Der Käufer dieser Belohnung erhält einen wieder Jungtrank. Junge Erwachsene, Erwachsene und Senioren kehren bei der Einnahme an den Anfang des frühen Erwachsenenlebens zurück. Okay. Tja. Weiß ich noch nicht, ob wir das nehmen sollen. Lassen wir das mal. So. Pause. Alles klar, ihr Lieben. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Was macht Hundi? Okay, Hundi schläft auch. Weg damit. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Tschüss.